Hey, du möchtest wissen, was das Logitech G Pro X Wireless kann? Ich zeig's dir. Es handelt sich hier um ein kabelloses Gaming-Headset für den PC oder die Playstation. Ein echtes Highlight ist das Mikrofon mit Nierencharakteristik, da es mit Blue Voice-Technologie arbeitet und somit einen wirklich guten Klang liefert, wie du jetzt auch gerade hörst. Zudem ist das Headset dank Kopfbügeln aus Stahl- und Ohrpolster mit Memory Foam mit wahlweise Kunstleder oder Stoff wirklich komfortabel und strapazierfähig. Logitech setzt auf deren Lightspeed Wireless-Technologie, wodurch keine Abstriche bei der Latenz oder der Akkulaufzeit gemacht werden. Der Akku hält nämlich bis zu 20 Stunden durch, was somit auch längere Gaming-Sessions ermöglicht. Und die Latenz ist nicht wahrnehmbar. Dank Surround Sound mit DTS Headphone X2 und 50mm Lautsprecher klingt es wirklich gut in jedem Anwendungsbereich. Dabei hat es einen Frequenzbereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz und eine Impedanz von 32 Ohm. Bei weiteren Fragen wende dich gerne an uns, entweder direkt hier bei YouTube oder vor Ort im Markt. Also, wenn man mit DT Edge sieht, dann über mich ja immer auch einfach in unserem Anwendungsbereich. Untertitelung des ZDF, 2020